Einige von Ihnen werden nicht mehr zurückkommen. Es ist wichtig, dass Sie das wissen. Das ist einfach mal statistisch erwiesen. Und wenn Sie in Ihren letzten Momenten den Tod auf sich zukommen sehen... Hallo. Denken Sie nicht an den Tod, denken Sie an das Leben. Und dass Ihre Aufopferung nicht umsonst gewesen sein wird. Für jemanden, der bereits tot ist, ist es doch völlig egal, wer den Krieg gewinnt. Sie sagen, dass ihm die Eier weggeschossen wurden. Das habe ich gesagt, Sir. Das will ich sehen. Wumms! Heiliger Mist! Lass die Ziegen am Leben! Du denkst, dass du hier wieder rauskommst? Raus mit ihnen! Was? Was ist das für ein Farce? Wahnsinn ist ansteckend. Hepp, hepp! Hepp, hepp! Na dann? Na dann. Großartig, lass doch! Hepp, hepp! Hepp, hepp! Wir haben verdammt auf mein Recht, hurra! Was für eine Falle, dieser Catch-22. Ja, herr. Das ist das. Was für eine Falle? Oder was für eine Falle? Er ist das. Verkommung du?